Was ist die Frage, ob man angesichts der neuen Nutzungsbedingungen auf YouTube seinen Kanal monetarisieren soll oder nicht? Ich würde Ihnen heute zeigen, wie man mit einfachen Möglichkeiten, ohne marktschreierisch aufzutreten, der Logik der sozialen Netzwerke genügt, um auf die eigenen Inhalte so aufmerksam zu machen, dass man die Anzahl an AbonnentInnen für den Inhalt erhöhen kann. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass vielleicht für Sie nicht zwingend der Umzug zu einer Open Educational Resources Plattform in Frage kommt oder Sie zumindest überlegen, ob Sie Ihre Inhalte auf YouTube und einer Open Educational Resources Plattform gleichermaßen spiegeln. In Sachsen wäre das der Videocampus Sachsen. Es gibt daneben in anderen Bundesländern EduShare und noch weitere Möglichkeiten, um Ihre Inhalte zu verteilen. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Auch das hatte ich gestern erläutert. Wenn Sie allerdings auf YouTube bleiben, dann müssen Sie nicht ab sofort am Beginn Ihres Videos die Zuschauerinnen dazu auffordern, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, sondern es gibt einfache Optionen, die ich Ihnen sehr gern zeigen möchte und die wenig unerfälliger sind. Dazu würde ich ganz gern Ihnen auf meinem eigenen Kanal die Möglichkeiten zeigen und zwischen zwei Dingen differenzieren. Nämlich einmal die Arbeit an einem Video und zum anderen eine einfache Einstellungsoption, die auf die Abo-Option Ihres Kanals permanent hinweist, ohne allerdings zu aufdringlich zu sein. Und dazu gehen wir einmal in das Creator Studio und auf eine Option, die hier zentral ist, nämlich, wenn Ihnen das Netz mitmacht, nämlich die Option, Ihren Kanal anzupassen. Und hier haben Sie zunächst verschiedene Einstellmöglichkeiten, die alle die Verweildauer auf Ihrem Kanal erhöhen können. Das eine sind diese Optionen, die hervorgehobenen Videos für wiederkehrende Abonnenten. Und einen Kanal-Trailer, den habe ich selber auch noch nicht, werde ihn wahrscheinlich auch nicht anfertigen. Und darunter sehen Sie die geordneten Inhalte auf diesem Kanal. Wenn Sie das noch nicht getan haben, überlegen Sie, ob Sie Ihren Kanal in der Art und Weise anpassen können. Das Zweite ist, dass Sie allgemeine Informationen zu Ihrem Kanal hinterlegen, in dem UserInnen sich informieren können, was Sie auf dem Kanal erwartet. Das wäre idealerweise, muss ich auch sagen, in einem Kanal-Trailer natürlich zu platzieren. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist das Branding, das Sie einsetzen können, um Ihre Inhalte mit einem unauffälligen Abo-Hinweis zu versehen. Und dazu verwende ich eine Grafik, die transparent ist und die als Wasserzeichen, jetzt sehen Sie das Vorderweise im Hintergrund freilich nicht, und die als Wasserzeichen in Videos eingeblendet wird. Und zwar in jedem Video. Und da ich in der Regel mit einem Vorspann arbeite, lasse ich dieses Wasserzeichen ab 20 Sekunden einblenden, einblenden, speichere das und ab sofort sind alle meine Inhalte mit diesem Abo-Now-Button versehen, ohne dass ich nochmal in den Videos explizit darauf hinweisen muss. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, die alle Videos und alle Inhalte auf dem Kanal betrifft. Und das schauen wir uns gleich nochmal an, und zwar an dem Beispiel gestern. Und ich würde dieses Video jetzt einmal starten und das Ganze laufen lassen. Und Sie sehen hier an dieser Stelle schon den Abo-Now-Button, der jetzt eingeblendet wird. Und darüber ist jederzeit möglich, die Inhalte dieses Kanals zu abonnieren. Ich würde diese Grafik in der Beschreibung zu diesem Video verlinken, sodass Sie sie ganz einfach nachnutzen können. Es ist nichts Großartiges, es ist in Photoshop gebaut, transparent. Und Sie müssten nur bei der Aufnahme Ihres Videos daran denken, dass Sie eben in dieser rechten unteren Ecke einen Platz halten müssen, damit man Ihren Kanal abonnieren kann. Die zweite Möglichkeit, die ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass Sie in den Videos selbst arbeiten. Und dazu gehen wir mal auf den Editor für dieses Video. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um auf die Inhalte Ihres Kanals besser hinzuweisen. Zum einen ist es tatsächlich so, dass Sie selbst edierte Thumbnails verwenden können. Ich würde eine Video als Infokarte verlinken, wo ich Ihnen zeige, wie man solche Thumbnails relativ schnell mit PowerPoint erstellen kann, falls Sie die Arbeit mit Photoshop oder anderen Grafikprogrammen scheuen. Das ist relativ einfach. Die zweite Option, die ich jetzt hier nicht eingesetzt habe, ist die Arbeit mit Kapitelmarken. Und diese Kapitelmarken legen Sie relativ einfach fest. Auch das würde ich Ihnen jetzt hier mal zeigen. Wenn Sie das Video abspielen, wären wir so, dass wir an dieser Stelle eine einfache Zeitmarke einbauen können. Und diese ist immer vierstellig. Und mit dieser Zeitmarke können Sie sehr einfach die Kapitel Ihres Videos festlegen. Das können Sie nebenbei machen, während das Video läuft. Das können Sie selbst in einem Livestream machen. Und dann haben Sie eine differenzierte Kapitelgliederung, die auch von YouTube aus automatisch angesteuert werden kann. Also so finden Nutzerinnen ihre Inhalte über die Algorithmen besser. Also das müssen Sie jetzt für alte Videos nicht nachholen. Nur wenn Sie neue Videos machen, überlegen Sie bitte, ob Sie so eine Kapiteldifferenzierung vornehmen wollen. Jetzt in dem Video hier wird es keine große Rolle spielen, aber dennoch lege ich exemplarisch mal eine Gliederung an, wenn ich das Video dann eingestellt habe. Die letzte Variante, und das würde ich Ihnen auch gerne zeigen, ist ein sogenannter Abstabband. Und dafür habe ich in den Presets, zum Beispiel hier bei Streamlabs OBS, nach dem Outro einen abgedunkelten Abuscreen. Und Sie können diesen Abuscreen bis zu 15 Sekunden laufen lassen. Das Ganze ist relativ einfach umzusetzen. Ich zeige Ihnen nur mal ganz kurz jetzt, wie das aussieht. Also das wäre dieser abgedunkelte Abuscreen, der auch nicht mehr über eine Tonaufnahme verfügt. Das habe ich jetzt gerade getestet, aber tatsächlich sollten Sie nichts gehört haben. Und diesen Abuscreen lassen Sie einfach 15 Sekunden stehen. Und dann sind Sie damit sicher. Diesen Abspann bauen Sie an dieser Stelle ein im Video. Und Sie können dann sowohl einen Abo-Button hinterlegen, als auch den Verweis auf andere Videos auf dem Kanal. Das Ganze kann gut funktionieren, wenn Sie zahlreiche Inhalte anlegen. Muss es aber nicht. Und die letzte Option, die Sie verwenden können, neben diesem Abspann, an den ich empfehlen möchte, sind sogenannte Infokarten. Und diese Infokarten lassen sich an jeder Stelle im Video einblenden. Sie haben das vielleicht selber schon mal gesehen. Dann erscheint oben rechts im Video ein Info-Button. Und es wird automatisch ein Video aufgeblendet. Und damit können Sie entweder auf eigene Videos verweisen. Sie können eigene Playlists anlegen. Ich mache das jetzt mal ganz schnell hier exemplarisch, ohne dass ich jetzt da großartig erklären müsste, wieso. Das heißt, Sie sehen, hier ist dann so eine Zeitmarke. Die können Sie auch verschieben. Ich würde Ihnen nur mal illustrieren, wie das jetzt hier im Video aussieht. Das heißt, Moment, Turn aus. Und dann wird diese Infokarte eingeblendet und kann entweder auf Ihre Inhalte oder auf jedes x-beliebige YouTube-Video verweisen, das Sie im Netz finden. Ich lösch das jetzt mal wieder, weil ich das nicht brauche. Wenn Sie Ihren Kanal monetarisiert haben, dann können Sie ab diesem Zeitpunkt auch Links einfügen zu jeglicher Ressource im Netz. Auf diese Option habe ich schon sehr, sehr lange, sehr neidisch geschielt und freue mich, dass ich sie jetzt zur Verfügung habe, um zum Beispiel auf zusätzliche Ressourcen, auf Blogs und so weiter verweisen zu können, Blogartikel verweisen zu können. Und das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, um auch aus dem YouTube-Universum hinaus zu verweisen. Und das kann ich nur empfehlen. Das sind die Möglichkeiten, die ich Ihnen zeigen wollte. Also erstens das Branding Ihres Kanals und damit aller Ihrer Videos über einen Abon-Now-Button. Das zweite, die Anlage von Kapitelmarken für die bessere Auffindbarkeit. Die Thumbnails, die benutzerdefinierten Thumbnails via PowerPoint, verlinke ich in der Beschreibung und als Infokarte. Und dann darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, mit Infokarten und Abspannen zu arbeiten. Für den Abspann, wie gesagt, brauchen Sie eine zusätzliche Szene in Streamlabs OBS oder OBS oder welches Aufnahmetool Sie halt immer verwenden. Und Sie werden es auch nach diesem Video wiedersehen. Ich hoffe, mit diesen drei kleinen Möglichkeiten oder vier Möglichkeiten habe ich Ihnen einiges gezeigt. Wie Sie Ihre Videos schnell und Ihren Kanal schnell so anpassen können, dass Sie einer Monetarisierung möglicherweise schneller und näher kommen, als es bisher der Fall ist. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere die Anregungen für sich entdeckt und übernimmt. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback und bin wie immer ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Ich bin gespannt auf Ihren Kanal. Ich bin gespannt auf Ihren Kanal. Ich bin gespannt auf Ihren Kanal. Vielen Dank.